Willkommen zurück zu einem neuen Pod in Dark Oath, in dem es geht, in Obo 3. Da sprechen wir auch mal mit der Vettel. Schlappen wir oder alle? Ich zuerst. Na dann, das ist er. Hüpf. Den Akkopf rechts noch nicht, aber... Den ersten Schuss. Den Fehlschlag ist. Na komm. So Mist. Nichts wichtig ist zuerst. Sprech tief und bewege. Den Kampfrösch nicht vergessen. Den Kampfrösch nicht. 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 Wenn die Verteidigung hier. In der Tat. Wir haben sie trotzdem angegratzt. Ich habe schon versucht, den Käfig fallen zu lassen, auf den zu feiern, und dann haben wir ein Gespräch mit der Hexe, wenn wir sie da unten haben. Nee, mein Team will ich nicht verletzen. Nicht schlecht. Verlustabel. Oh, wir haben sie besiegt. Auch gut. Okay, mal Tantchen, Hilfe ist nicht. Haar nicht. Aber... Angelaufene Talisman. Pehen geben macht es den Träger einfache Todesrettungshürfe zu bestehen. Oh, nicht schlecht. So rennt uns genau, oder? 4 bis 11 Schaden. Nehmen wir mal erstmal los. Und den Anhänger. Gift Schaden, genau. Todesrettungshürfe bestehen. Das passt auch. Das ist ein Zauberstab. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Giftige Steinbombe. Oh nein, jetzt haben wir sie gerettet. Was haben wir ruiniert? Wieso, was habe ich getan? Tut mir leid, ich wollte nur helfen. Interessante Art, euch bei mir zu bedanken. Das brauche ich nicht für Glück, hier alleine wegzukommen. Nein, ganz gerne. Ethel wird meinen Mann zurückbringen. Zurück vom Tod. Und jetzt werde ich ihn nie wieder sehen. Wegen von dir. Nein. Nein, ich bin nicht. Warum verbringst du mein Geld, wenn ich so nah war? Nur ein bisschen länger und mein Kind hätte geboren. Und all das? All das wäre jetzt vorbei. Aha. In dem Fall ein Leben. Ihr müsst. Wenn man wirklich leben. Ein Pferdeln. Es ist nichts hier vorbei. Ihr wolltet euer Baby gegen euren Toten Mann eintauschen. Nein. Es ist besser, wir müssen die Pferden helfen. Nur nur sich selbst. Das ist der Dumpse, wir müssen die Pferden haben. Das ist der Dumpse, wir müssen die Pferdeln haben. Das ist der Dumpse, wir müssen die Pferdeln haben. Das ist der Dumpse, wir müssen die Pferdeln sehen, oder? Ich frage mich, warum wir sie überhaupt für Pferdeln haben. Und die Echse töten. Zurück weg, warte, warte, warte. Warte, 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 warte ... Warte, 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 warte. Ich schlaug dich nur ab? Blut folgt mich überall. stehend gegen na eben im schönen talisman hat sie dabei das medaillung auf ihm zu schwer schade Wo wollte sie denn hin? Das ist eine Tür Ah, hier ist der Pilzring ins Unterreich Okay Ein dunkler Reicheingang Da gehen wir später auch lang Ein paar Ringe, können wir schon verkaufen Ein dunkler Tentakel Ein trank Schweinekopf Ein paar Tränke nehme ich mit Verlorene Zeit Schmetterlinge am Bauch Die Mistraustiere Welke Träume Achtung an der Mutter Ein versuchte Liebenden Kuss des Wahnsinns Tonflasche Steinherz Geschmacken der Wünne Gebrochene Versprechen Und den Schädel Das sind aber interessante Tränke Schmetterlinge im Bauch Vier Züge Blutend Ein besichts Schadensbezug Blutend Ein besichts Schadensbezug Kirchen Wurde jetzt eh kurz ins Lager gehen und den Rast machen Vielleicht ist nach der langen Rast Ich benutze mal den Pizzen, das nehme ich nicht Der Eingang rüber schon mal Das dürfte hier nicht ins Unterreich gehen Ich würde mal einen langen Rast machen, dann warten wir Wir looten erstmal hier Und dann würde ich noch mal gucken, dass wir hier am Smart Time Vielleicht noch mal gucken nach der langen Rast, vielleicht ob da was passiert ist Wozu nehme ich da hier einen Bonus Ich beginne die Mental War Quest noch Nach der langen Rast Haben wir noch irgendetwas zu mitnehmen Bingo Ich habe ein Herz Ich will es nicht mitnehmen Es tut mir leid, aber nicht Es ist nur etwas, das ich mit leben muss Ein paar Trinker Trink gibt es hier wieder Das wird nicht zugelassen Das Geld Nahrung Nahrung Verdammene Sirup-Tote Baaah lecker Baaah lecker Ich gehe jetzt mal Ich werde es hier Reronslich Und ich gehe jetzt Schwer Hier Nahrung Ich gehe jetzt Ja So, hier gibt es glaube ich nicht mehr so viel Besonderes, weswegen einmal hier hin. Hier machen wir mal einen langen Rast. Hier gibt es noch eine nette Katzen. Ah, tatsächlich. Ein Gespräch. Die Stirn wischen, die Schmerzen in den Händen, die die Finger auf den Mund pressen, das Unwohlsein wegzwinkern. Ja. Wie lange hast du hier erwartet? Ein Moment? Ein Nacht? Ein Tag? Ein Tag? Ein Tag? Ja. Nein, nein! Ich lese überlassen, aus dir soll kein Monster werden. Ich will sie nicht sofort angreifen. Ich denke, ich wäre das jetzt die Sache, die wir machen müssten, aber ich will nicht in Aktion 2 mit 3 tiefliegenden Anteilen. Deswegen, sie braucht sie irgendwie. Seid stark, ihr werdet überleben, ihr werdet eure Königin erfolgen. Ich lese überlassen, diese Königin Monster werden. Da will ich mich abschlachten. Ich werde das jetzt nicht mehr so gut. Ich werde das jetzt nicht mehr so gut. Ich werde das jetzt nicht mehr so gut. Ihre Käse aufschnitzen, heute Nacht stirbt niemand. Wir haben noch Zeit. Oh, wie ich den da irren Schwann hasse. Wie ich den da irren Schwann hasse. Ich laufe einmal mit vier Mitgliedern rum. Und der Stallion. Falls den nicht irgendwie die Romanze und im Schlaf dann töte. Das passt ja super. Seid ihr das böse in meinem Gehirn, mein dunkler, dunkler Zwänger. Verschwinde, mir kriecht schon mit dem Kopf rum. Meine beiden Gehirn seid ihr. Ich kenne eure Stimme. Ich habe sie schon einmal gehört. Deine Gehirn. Und nicht für die erste Mal. Ich habe dich vorhin geschaffen. Und ich bin hier, um dich wieder zu retten. Ich habe sie nicht erlebt. Gut, ich habe ihn mit einem Tiefling. Ähm, einem Tiefling kannst du vielleicht auch werden. Ja, aber warum? Ihr seid nicht. Wir haben noch zwei. Weitere und ich bin bei anderen. Wir haben nur zwei Geez. Ich werde dich anrufen. Stadtt. Stubborn A useful quality We haven't much time So listen closely There is great potential within you It comes from that parasite Your instinct is to resist the power it gives But you must accept it Nurture it I will keep it from consuming you But for the sake of both of us You must learn to wield it A fight for the fate of Faerun A fight we are losing For now So we can't find it You can change that But only if you embrace your potential I have to wake now No No I have to take care of the fate of Faerun I have to take care of the 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 Faerun Nicht, oh doch, Blender. Noch geht's. Zwei haben wir. Impulsionsüberladung, konstruierte Explosionen, Energie-Tunnel. Energie-Tunnel ist führgreich, verlagern, abwehr. Ich geh mal noch hier um, verkonzentrierte Explosionen, da ist es noch, wie wir sehen. Nach Gewicht sollte ich mal sortieren. Ach, mal kurz, Bankons Kopf. Ja. Nichts, glaub ich. Ich möchte vielleicht noch sechs Uhr. Jень andet. Ich glaube, wir können damit einfach ein Erfolg sein. Mhm. They won't ever control me again. It's enough. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? But, uh, trust me. It doesn't happen. We have to take the fight against the Emperor Vampire. Act 3. Ah, it's difficult. I'm not gonna take that moment to go there. I'm so scared. I'm gonna grow into a mutant. Oh my God. You're so scared. I'm so scared. Than a vampire. ich habe mir schon was ausgedacht Ok, was haben wir denn hier, wir haben einen Barbaren, brauchen wir nicht einen Barden Hochelben, Kleriker Ich habe gerade einen Kämpfer verloren, deswegen am Paladin könnten wir auch geworben Zumindest bis, falls Mithara noch dazu kommt Zauberer, ein Zauberer könnten wir auch geworben, Hexenmeister Hexenmeister wäre ganz gut Magia Schuka Weizdrufe Paladin Wenn nicht, das wäre natürlich was In die Flanke und in die Flanke setzen Das wäre natürlich Das wäre großartig Mit Ruine Mensch würde ich mal spielen wollen Wir sind mal ganz Hardcore Und benennen einfach 1 Das ist Mitglied Nummer 1 Was ist da Es wird einfach durchgenummeriert So finde ich es aussehen Ein paar mal klicken Davon wird sich aber nicht viel Achso, hier Ich habe das falsch hingekriegt Das sieht nicht schlecht aus Und die Haare würde ich ändern Und das sieht nicht so lang Ich habe ein Schmuck Ich habe ein Schmuck Ich bin doch gut ich habe schwarz und rot genau sehen wir es ok dann werden wir mal unseren mönch nummer eins blödige verzeihung für den schritt ok stupe 3 zauber faust des stetigen windes finger der feuerschlange das ist ja gut wasserpeitsche noch mal was es spezialisierung verfügbar bilder vier elemente ne schatten wenn schon denn schon sommertricks und hier haben wir das talent waffenmeister vielleicht tavernenschläger wenn du waffenlosen angriff ausführst eine improvisierte waffe einst oder mit etwas würfst fügst du den schaden und dann würdest du den steckemanifikat zweimal hinzu das ist glaube ich nicht schlecht steckekonstitution schlaghabe das wollen wir oft einsetzen stecke und schlaghabe fern schlaghabe wo 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 Okay, ersetzbare Mietlinge. Okay, wir haben jetzt am Schienen der Verteidigung zum Bolberg werden. Du hast einen Bonus auf die Rüstungsklasse, solange du keine Rüstung oder keinen Schild trägst. So könnte er sie brauchen. Ach, der Brutmutter. Wenn immer träge geheilt wird, wird seine Waffe mit Magie überzogen, wird 1,2,6 geschehen. Ja, das ist eher für Star-Industrie, der schon was trägt. Mit Totensprechen trägt er. Und jetzt hat er, glaube ich, doppelt. Daher... Mit Doppelter mit Totensprechen zum Blödsinn. Könnte ich noch mit Totensprechen nehmen. Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Wo ist denn? Wo? Die Mensch, nicht? Klugster Robe. Die Rüstungsstasse 10 könnten wir nehmen. Einfach nacht machen. Wäre auch möglich. Er ist ins Hengen gewandt Er ist in den Berg ertragen Die Gäste sind immer aus Sporten, äh, nicht allerdings für 3 Blitzladungen Sporten tut auch bestimmt mult Nimm mich sehr gut Was machen wir? Welche Ringe die noch was bringen? Habtische Ringe in Anführungszeichen Papa und Kleidung Da haben wir schon die Umgebung Schick ich ja doch 2 Dementiert, das ist scheiße Talisman kann sie erst mal tragen Machen die Unterwäsche Färbemittel Moment, hier ist schon ein Wandschrot Ich würde dann nicht so viel ändern Dann doch ein bisschen was Wie sieht nur rot aus? Sehr gut siehts aus Ich habe einen langen Weg vor Lässt es gleich gut Was sind von uns was man noch geben kann? Ich habe den Wut von der Sonne 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 Ich habe den Wut von den Häusern Ich habe den Wut von der Sonne Ich habe den Wut von der Sonne Ja, ich habe den Wut von der Sonne Der Ehrenbogen. Nur noch einen Arm. Ist er wurscht. Und was denn? Immer wie viel Klingel. Zweihändig. Nee, das ist alles nichts für... I've got a long road ahead. I have a lot on my mind. And... Poster als Beeren. Nicht des Wuchses. Pracht des Adlers. Okay. Ich schau jetzt mal die Zauberküfte, die er... Plätze nicht sortieren kann. Dann brechen wir mal auf. Scheint aber auch kein Zürgen. Das lässt er nicht mehr da aus. Das hatten wir doch schon. Du kennst auch wen das nächste Mal. Ich wusste nicht, ob ihr euch das hier gönnen wollt. So selten sie gehören mir. Das habe ich dann ein andermal. Mir gefällt es mir. Das ist eine ganze Zeit. Ich könnte dich nur an das halten. Schreibe tief und bewege. Ah, ich sehe... Problems. Es scheint er hat sich geschlacht gewonnen. Und wie soll man sie gewinnen, wenn das alles zugemacht ist? Ich brauche eine kurze Worte. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Nicht lange. Deine Überlegung, um das Blut zu spüren, hat die Inhabitanten vor dem Hintergrund gebracht. Das ist nicht meine Schuld. Sie drohen immer so stärker als ich dachte. Tut mir leid. Was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Und du bist weaker, als ich hoffte. Kill sie! Ach du Scheiße. Das finde ich aber nicht so gut. Das finde ich aber nicht so gut. Da habe ich gerade mal neue Namen. So. Na dann. Hier würde ich auch gerne. Sie sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aber... Ja. Ist auch gut. Ich gehe mal hier hoch, falls ich angreifen muss. So. Haben wir die schon mal besiegt. Und geht erstmal noch runter. Äh. Fantastisch. Das kann ich tun, um es wieder zu gut zu machen. Ah. Okay. Wir müssen sie besiegen. Das ist ja ein bisschen schade, aber... Ich dachte eh nicht, dass die hier... Ich weiß nicht, dass unser Team kommt. Das wird nicht funktionieren. Ich kann mal so ohnmächtig sterben. Dann haben wir die Möglichkeit, dann ab 1, äh ab 2. Und nochmal zu ihr zu kommen. Da gibt es einen Schalter für... Ohnmächtig schlagende... Sachen, soweit ich weiß. Die Boote. Zerbotrix. Bonusaktion. Nicht von der 1 aus. Bei der 2, äh get keluar Nemetto. Ich kann unten dann töten. Das wohl erst mal dannён. Wir müssen jetzt die Hälfte hälpen. Von dem Moment�pelbladern. Wenn wir was hinkriegen... Geh es mal zu den Komplenzen runter. Du schnackt, verdammt. Warte kurz. Ganz wichtig. Kampfrausch. Wow, nicht schlecht. Schatten-Tentakel. Es scheint etwas bewirkt zu haben. Nicht wasste einen Schritt. Ich kann ihn gut werfen. Ich kann ihn gut werfen. Ich kann den Schotter fahren. Ich habe hier ziemlich... Ach du Scheiße... Töte mich nicht Astarion. Ok. Zurückgeworfen. Die nächste wieder. Ach du Scheiße. Ne, damit durch meine eigenen Leute. Ich würde es am Leben lassen, aber jetzt müssen wir sie töten. Gute Nacht. Ein Fehlschrank. Dann machen wir mal hier. Geh zu. Ich muss es mal kurz... Ich würde Schaffee schnappen. Ja toll. Der hat auf eingehauen. Ein Schoss am Wehren. Ist echt nicht schlecht. Wow. Mensch, klasse. In die Haut rein. Oh, da wurde es. Ich glaube, wir müssen uns genug reinhauen. Und sie kann sich heilen. So ein Scheiß. Ein Bundesaktion Faust. In dieser Runde kriegen wir die richtig down. Ein Fehlschrank. Na toll. Oh wow. Ich bin nicht gut. Du hast noch lange verloren. Es läuft irgendwie. Ich habe noch lange verloren. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich habe noch einen Fuss. Ich habe noch einen Fuss. Ich habe noch einen Fuss. Schlinge nicht mehr machen. Das ist ein bisschen dumm. Wirtschaftlich stark. Ich habe die Hunde mal gebraucht. Oder auch nicht. WTF? Ich habe keine Wahl, um weiter zu gehen. Ich werde mal hier hoch und werde er gebraucht. Ich finde es auch schuld. Ich muss mich erst mal auf sie konzentrieren, weil sie ist die sterbste. Wow. Das ist ein Boss-Fade, der nichts zu unterschätzen ist. Ich unterschätze die Goblins. Das hat irgendwie nicht geklappt. Da geht sie da unten. Na bitte. Das ist schlecht. Jetzt binde ich mal ein bisschen Sicherheit. Da müssen wir gleich noch mal ins Lager. Noch ein lange was machen. Ich muss den Schattenherz zurückbringen. Ich muss den Schattenherz zurückbringen. Tauss! Das war alles gut. Das war's für jede Menge. Das war's für jede Menge. Ich habe mich schon aus zu sehen. Da hätten wir jemanden gut schlipsen können. Wir wandten mehr hin. Drehst du im Kreis. Wir müssen den Weg nach vorne finden. Wir müssen den Weg nach vorne finden. Ah, der letzte. Das ging mal so hin. Mutara ist mal unten. Das ist ein Parasite von dir. Das kann dich verbessern. Du kannst die Potenziale absorbieren. Öffne deinen Geist. Du wirst bereits wissen wie. Deine Geist schreit, weil es alles verletzt hat. und die Tadpole muss zu offerten. Alles gut! Ich habe mich das nicht schon freigeschaltet. Hey, ich habe gerade getrailt. Das kriegt. Na, guck, geh. Achso, in die andere nahe, okay. Wir hatten drei, die habe ich noch nicht eingeben. Oh, Schattenherz gibt hier. Oh, das war doch. Ja, ich habe mich gebreit. Ich habe schon mal eine Sache. denn hebe ich schlüsse ja nix Ok, wir brauchen leider eine lange Rast. Schon wieder. Nathos hat eins in den Spiel. Ah, das haben wir noch nicht gemacht, das können wir gleich machen. Spinnenhörer. Stiefelterschreiten, fokussierter Schritt. Wenn du einen Zauber wirkst, der Konzentration erfordert, hast du nur einen Zuglang Wucht. Zauberte Konzentration. Schattenherz, vielleicht was. Für den Mönch. Mit Tagesfreizeit. Ja gut. Ich kann den Mönch tragen. Und so, die Handschuhe. Die sind schon legendärer. Ich habe ein paar Armschienen. Streitkulpen. Ich wundern, was für Schattenherz. Kampfstab 2 bis 9. Spitze Stellen. 2 bis 9. Und wo Spitze Stellen könnten, können wir nicht am besten sein. Ungeübt. 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 2 bis 7 Schaden. 2 bis 7 Schaden. Wir müssen einen Schildmeister geben. 4 bis 11 Schaden. 5 bis 11 Schaden. 6. Macht ja nur den Look. 1 bis 8 Schaden. 3 bis 9 Schaden. 2 bis 9 Schaden. 3 bis 8 Schaden. 3 bis 9 Schaden. Wenn Stiefel zu schreiten sind, vielleicht wucht es da schon mal besser. Können wir sehen, die tragen? Ja, Gänse. Tante Unsichtbarkeit. Gutes Herbenmittel. Dann haben wir das mal. Spinnen, Seidenrüstung. Verstohlenheit. Da ist ein Bonus von Plus 1 auf Heimlichkeit. Das ist doch, glaube ich, ganz gut. Das ist ein echter Rüstung. Ein Volo wird reden. Das ist doch, glaube ich. Das ist doch. Ja, mein guter Mann. Zweitens das kösisch sein, das du hier hast. Ich werde mir einfach so einfach sein. Danke. Mietling von mir aus Das ist nur der Mietling Ja, das kennen wir Oh, weißt du was, das ist der Ja, das ist der Ich denke, ich habe es Die Niedle sehsäws zurück und zurück, plocken die Niedle wie ein Herz Oh, Bother, da ist ein Obstacle im Weg Ich brauche ein mehr Robust Implement Volo vorsieht die Niedle von deinem Augen Dann, nach seinem Bein, produziert einen Icepick Icepicker Volo slowly brings the Icepick closer to your eye Now, don't Cold metal presses against the skin beneath your brow And then Tap, tap, stab I agree It's a feisty critter Just A little more further Volo tears the pick from your brain with a violent jerk Your eye plops down into the mud Treff He pauses, looks down at your eye and recoils slightly, as it sinks into the mud Fantastisch There seems to be an amount of cosmetic damage I tried to kill myself I think that one of my eyes doesn't work anymore I have to try it again Please, try not to over-exert yourself You are in a rather fragile state at present I can't help but feel partly responsible Perhaps there is something more I can do Take this A far superior relic to that old jelly you were trained to Try it on for size And, um, it was very nice to have met you I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another Far away from here, if you have a heart You're extremely sorry, my friend Ta I have a blut in the eye I see not visible Looking ahead I have completely blown over again You always make my day better There you are My friend Wurde ich dann gegriffen? Er hat noch eine gefährliche Mahlzeit. Ihr wirkt zufrieden. Ihr müsst also keinen Menschenblut trinken. Dann geht die Finger von meinem Gast. In den Ratten und Wurden hattet ihr es verdient? Wir sind nicht machtlos. Die Narben sind in der Hinsicht sehr wertvoll. Seit die Freien nun das zählt. Meins mit Macht kann man alles tun. Ganz ohne Konsequenzen. Na ja, ja. Du kannst nicht auf die Welt und sagen mir, ich bin falsch. Lass sie! Die Schöne sind eine halbe Verlust. Die Schöne glauben in richtig und falsch. Gut und schweig. Die Schöne haben mich nicht aus der Kassadur geholfen. Die Mindflayers haben. Sie haben mir ein Wettbewerb. Die Freiheit für meine eigene Freiheit. Ich befreue diese Macht. Du solltest auch. Ich bin je zuerst. Der hat dazu noch was. Du solltest einen neuen Alli. Wie kann man vielleicht retten? Jeden kann vielleicht eine Rechte in denianaht mit der Barde sein. Die Wahrne ist nach deiner eigenen Bewusstsein. Sie wird nach der Frieden der Eterne beobachtet werden. Wo die Urge sie nicht mehr suchen wird. Der Kratzer hat nichts getan. Wer? So, wir brauchen mal eine lange Rast. Das nächste Gespräch mit der Traumwichterin. Mit dem Traumwichter. Die Traumwichter. Die Traumwichter. Ich habe gezwungen, dass ich zurück werde. Nichts Worte. Ich habe Dinge unter Kontrolle. Für heute. Ich sehe, dass du die Macht, die die Tadpole gibt. Aber Dinge haben nicht... Du bist zufrieden, dass es von ihnen zu sein. Das kennen wir doch. Tänchen Efe erwähnt oder... bis die Sorge der Tadpole ist, bis die Tadpole zu verlassen wird, bis die Tadpole zu verlassen wird, dass sie dich töten. Du bist glücklich, dass du nur ein Eier verloren hast. Du könntest viel mehr verloren haben. Das war schon ernst. Und das andere Ouge war. Wo war der Liebling? Der Worte der Traumwichter. Der Worte der Traumwichter. Der Worte der Traumwichter ist nicht Teil. Sie werden Mindflayern in einem Moment sein. Ich schaffe dich von einem Mindflayer zu werden. Ich kann dich nicht von dir selbst. Aber ich weiß, was es ist, zu werden von Fortsen außerhalb von deinem Kontrollen. Wir sind zusammen. Du und ich. Just wie du, ich war ein Parasite Mindflayer. Aber wie du, ich will frei sein. Ich habe versucht, aus diesem Verletzigen zu retten. Ich habe eine lange Zeit gelesen. Ich habe fast gelesen. Jetzt, durch dich, ich habe eine neue Chance gegeben. Du kannst gehen, wo ich nicht kann. Und ich kann dich von diesem Verletzigen. Wenn wir zusammenarbeiten, wir können das Ganze umgehen. Ich habe einen Geist, ich habe einen Geist. Ich habe einen Geist. Ich habe einen Geist. Die Kraft, die ich benutze, ich habe ihn von jemandem. Sie wollen es zurück. Ich werde sie für lange, wie ich sie kann. Aber später oder später, ich werde mich verlettern. Du musst herausfinden, die Magie zu verlettern, die Parasite, bevor das passiert. Ich habe einen Geist. Ich habe einen Geist. Ich habe Battles. Ich werde dich auf ihren Vorstellern, Ich werde die Applaus haben, die deinen Parasite ... ... umwärtsen zu ihnen, dass du ein von ihnen eines denen ist. Und wenn du die Formulierung davon zum Geist, den Zformulieren sie. Geh! Schade, dass wir mit Tare töten mussten. Hätte sich gut dem Team getan. Da oben waren wir doch schon merker. Dann wollen wir nochmal hochgehen. Achso, das ist nicht der... Hier im Hain. Da kommen wir jetzt nicht mehr rein. In den Hain. So, na dann. Sollte ich mal kurz sprechen. Dann... Und dann... Dann schwimmen wir am nächsten... Bauen Sie mal, das kommt dem Lager. So, der Plan. Sollte die Leute, dann waren wir nach oben. Sollte die Leute.. Gib uns die anderen Kirchen. Drei, hierher, hierher. Drei, hierher. Drei, hierher, hierher. Drei, hierher, hierher... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020